Und zwar brauche ich 10 Stück, das heißt, ich nehme einfach nur 10 Eisenhut. So, jetzt mache ich es bestimmt wieder falsch, ja, weil ich die, dass ich es falsch mache. Mal mit Holz. Hätte ich beinahe irgendeinen Katsch gebaut. Ok, dann brauche ich wieder Holz oder was auch so. Dann, aber ich brauche noch Boden, hier ist zwar 20 Stück. Keine Ahnung, wie viele braucht man denn für 20 Euro? Alter, ich brauche dringend eine andere Glastextur, das sieht ja übelst abartig aus der Turb hier, wenn der Ding Texturen ist. Ich bin ungefähr so abartig wie du. Schlimmer. Geht doch gar nicht schlimmer. Der Bier, Käse und Bacon, Hippie-Kuchen. Das ist immer so ein Hippie-Kuchen. Ich habe jetzt über ein Stack Eisen. Ich nicht, ich habe unter ein Stack Eisen. Mal spontan hergestellt. Hab ich jetzt gerade mal spontan hergestellt. Ich könnte eigentlich auch mal eine... Wie lange nehmen wir drauf? Oh, ich hatte ja noch zwei Redzone-Engine-Regale. Kann man nie genug haben. Es ist... Es ist... Es ist... Es ist jetzt dann 3 Uhr. Ich habe nicht gesagt, dass wir bis 3 Uhr aufnehmen. Ne, ich wollte nur mal so sagen. Du. Ich häng Ferdetest im Höllenportal. Aha. So. Los, Werte zu Sand. Und... Ich... Ich mach nicht auf Glas. Ich disconnecte mal schneller. Ja, mach's dir ja ständig. Und schau mir diesen feldsamen... Bier, Käse, Bacon, Kuchen an. Oh mein Gott. Ich habe alles, was ich brauche. Hä, kann das wirklich stimmen? So wenig. Braucht man dafür? Na ja, dann brauch ich halt doch die ganzen Sachen. Äh, was man braucht zum Craften. Und so. Okay, wo baue ich das denn mal hin? Mörkel, wo soll ich denn die automatische Solarpanelfabrik hinbauen? Hier so mitten in die Wüste, vor deinem Vulkan? Oder baust du da irgendwas hin? Nicht? Von mir ist... Hat sich eigentlich nicht vor. Okay. Muss ich jetzt nur noch mal überlegen, wie ich das genau gemacht habe. Die hier Autocrafting Tables. Immer so in einer Abstand. Ich muss mal schnell vor einem Zombie-Pigment flüchten. Oder normalen Pigment, keine Ahnung. Diamond Pie. Also ich habe niemanden geschlagen, aber... Und ja, ich habe mir das vielleicht ein bisschen von Spark of Phoenix abgeschaut. Kein Plan, wer Spark of Phoenix ist. Weiß nicht, wer Spark of Phoenix ist? Ne, wusste ich auch nicht. Ne. 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 Ich glaube, jetzt hier noch eins. Wieso auch immer ich da zwei hingebaut hatte. Dann hier ein Eisenfall. Ich habe einen Computer. Genau, jetzt weiß ich was mir gefehlt hat. Warum ich keinen Turtle habe. Wenn du keinen Händler hast. Ey, wir kennen Diamantenspitze, zack ja. Obwohl du mir keinen Bock hat, die Mäle zu bauen oder irgendwie so. No. Hier können wir eigentlich auch noch Eisen platzeln. Glaube ich. Bin ich mir grad nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich brauche noch Blöcke. Das ist erstmal mit den Sonnenblöcken auf die Reichen. Sollte eigentlich reichen. So. Das ist ja ein Böse Hebel. Die müssen alle gleich gesetzt werden. So. Kommt hier jetzt Redstone-Engines drauf. Ah, es ruckelt. Hier natürlich auch noch. Hier hätte ich das anders gebaut. Hier hätte ich das... Ähm... Ich glaub ich jetzt direkt hier die Küste hin. Und dann hier den Hebel. Und... 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 Jetzt, ich brauche noch Brayage. So. Nee, warte. Ach, oh. Sie war richtig. Ich brauche noch die paar Eisenpipes, die ich jetzt noch habe. Brauche ich, weil man hier manche Sachen öfters braucht. Aber... Hä? Ich hab einen Wooden-Pipe zu... Ach, nee. Gar nicht. Irgendwo müssen die Items ja noch mehr kommen. Der redet schon wieder so viel. Und ich hör wieder überhaupt nicht zu. So, wie es sich gehört. Könnte es so... Nee, so sicher nicht. So sicherlich schon mal nicht. Ich geh mir jetzt noch die Benz-Engines dran. Vielleicht brauch noch mehr Blöcke. Ich kann es ja erstmal so machen. So. Soweit funktioniert das schon mal. Und hier kommt dann noch die Küste hin. So. Eigentlich hatte ich vor, das Ganze aus Marvel zu bauen. Oder Basalt. Und Basalt sieht hier jetzt bei dem Texture Pack ein bisschen... Nicht so aus, wie es aussehen soll, damit es gut aussieht bei dem, was ich baue. Deshalb baue ich es, denke ich, aus... Bitte? Die Teater hat es an sich geklont. Er baut es aus WTR. Die Teater hat es an sich geklont. Wenn ich bitten darf, ja. Wenn schon Depp schon, oder? Aus Marvel. Marvel. Yeah, ich hab ne Käste voll mit Marvel. Nehme einfach mal ein paar Text mit. Okay. So, ist unsere Reiche. Gertest du jetzt wieder zu dir machen. Blub. Wieder rein. Was habe ich noch gebraucht? Jetzt könnte ich ein bisschen Kohle brauchen. Und zwar 3 Stück. Wenn ich die Rezepte machen kann, dann brauche ich noch 3 Glas. Ich weiß schon ziemlich auswendig, was man für Solarpelt braucht. Jetzt brauche ich noch eine Menge Kohle, mit Sinn, mit Körper. Das nehme ich mir jetzt einfach mal alles mit unbetrinkter Menge. Ich glaube, ich mache gleich wieder riesen Fehler, wenn ich hier wieder Kürbelsenglas umwandle. Du machst sowieso immer riesen Fehler. Okay, schauen wir mal. Oh, oh, ziemlich viel. Und dann mache ich jetzt hier so. Da kommen dann ein paar so Pisten hin, wo ich dann erstmal nur 2. Ähm. Okay, jetzt baue ich mich mal ab und aus Marble neu. Ich baue dann aus was Salz und Lava so in Höllen irgendwas. Spannend. Mein Gott, er baue bei Höllen irgendwas. So. Erstmal nur hier vorne. Alter, benutze mal die Standardtexte und dann geh mal die Treppe nach ganz oben in meinem Turm. Und dann schau dir das mal an. Ach und? Das ist sowas von verwirrend. Trocken andere Glas geht es nur. Unten ist es schwarz. Dann schaue ich jetzt einfach Sand und Marble rein. Weil der sollte normalerweise nicht in die Maschine gehen. Ach ja, und den grün auch. Grün und schwarz sollen blockiert werden. Nein, es wird schon wieder Nacht. Einfach nur damit die Items sich irgendwie falsch schließen. Und immer genau dahin, wo sie hin sollen. Hä? Oh, ein schwarz ist nicht riesig hoch. Jetzt muss ich wieder schlafen. Jetzt hätte ich auch wieder geschlafen. Doch. Ich brauche noch Copper. Ach nee, habe ich dabei. Brava habe ich keinen dabei. Wie geht das mal auf? War... Aber... Ob ich den nicht hier irgendwo? Nee. Ich habe keinen Brava, meine. Oh mein Gott. Alter, weißt du was ich mal für ein Glück hatte? In der Sing-Player-Welt in Tackett? Ich bin Wald gespawnt mit lauter so Bäumen, wo sticky resins dran sind. Also da wirklich drin gespawnt in dem Wald. So, scheiße, viel Glück. So, das Ganze muss jetzt mal ein bisschen zu Grava werden. So, das sollte reichen. Das erste. Ich erkläre dir die ganze Maschine dann, wenn ich sie fertig geworden habe. Okay, also hier kommt jetzt Grava. Und Copper. Und wieder zu Copper gehen. Dann muss ich hier auch noch ein Brau-Grabber. Dann kommt hier... Wenn wir mal... Slim. Und... So, warte ich mal. So. Wird eine Batterie gemacht. Muss hier in 10 rein. Mit Stone. Zwei Stück. Das mache ich deshalb dabei mit genauer Angabe, wenn man die auch noch woanders braucht. Dann brauche ich dann so eine Art Umleitung sozusagen. Wow, hier liegt ganz viel Glasrohung. Hier liegt ein ganzes Deck viel Glasrohung. Hier liegt ein ganzes Deck viel Glasrohung. Plopp. Hier kommt dann... Rot. Äh... Punkt ist das. Na ja. Genau. Dann hier kommt der Eisenofen. Alter, schau dir mal den Tor an. Oh man, der hier... Der ist eh präsentisch. Und hier wird das Ganze... Ähm... So einem... Gedöns. Mit einer Batterie hier. Faf nehmen wir hier eine. Äh... Und noch einen Eisenofen. Da hat man den Generator. Oh. Ähm... Wo genau... Müsste jetzt eigentlich hier drin sein? Nee. Eben nicht. Das ist jetzt hier hinten in der Kiste. Hä? Wo ist der Eisenofen hin? Will er mich verarschen? Oh. Hier muss ich auch nichts glauben. Okay. Das hätte ich nicht vergessen. Schau mal wie viel...